Hola, was geht, was geht, was geht. Neues Video. Salmon, Salmon, wie auch immer, mit Bowser. Molly, produced by Jumper. Jumper hat geile Beats, das haben wir schon mal, das weiß ich auf jeden Fall. Bowser auch, geiler, geiler Künstler, einer auch der besten für mich, der deutschen Künstler. Einfach weil er geile Songs macht, weil er seine Stimme geil einsetzt. Salmon können wir jetzt nicht, aber mal let's go. Also Molly, wissen wir ja alle, was es ist. Also, wieder über Drogen, wie eigentlich immer. Heutzutage. Gefühlt. Ach du Scheiße. Unsere Signale werden immer stärker, Babe. Ich glaube, ich bin bald da und hab dich. Mach dir keinen Kopf. Ich will. Wow. Das sind ja mehr, als ich erwartet habe. Was für eine kranke Scheiße. Hey, Salmon, geh hinter und mach das Schild auf. Ich schaue, uns hier mal runterzubringen. Babe, ich bin auf jeden Fall bald da. Mach dir keinen Kopf. Ah, Schild. Nein. 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 Der Kommunikator. Was ist das denn für ein kranker Scheiß? Cool, ey. Kriegen wir ein bisschen Fortnite-Vibes irgendwie. Wo sind wir hier, Mann? Oh no. Scheiße. Es kommt da vorne, ist unsere letzte Chance. Sonst warst das mit uns. Ah. Diese Stimme einfach, ey. Aber die dicken Nikes an. Oder Jones, was auch immer. Geil. Hey, erzähl mal, Bro. Wie läuft's hier so? Was kann man hier so machen? Die Frage ist, was willst du machen? Ich mach dir einen Vorschlag. Okay. Wir stellen einen Trupp zusammen. Okay. Wir brauchen eine Mannschaft. Mannschaft? Ich bin der Coach. Ich bin der Coach. Ey, ich finde das so cool. Bobby hat immer so geile Videos. Kein Torwart, keine Verteidiger. Aber eigentlich nur Stürmer. Offensiv und wir attackieren. Wie klingt das für dich? Was für eine Frage, Dicker. Vielleicht wird zu viel Annesie in meinem Juice. Vielleicht finden die Kopf noch was anderes im Blut. Ob du auch um mich verliebt wärst, wär ich nicht alt. Ich hör, ich mach das Lied mehr, wenn es so bleibt. Vielleicht war diese Zeit, hätte Molly nicht gut. Vielleicht hab dich noch vier, da wird ab schon genug. Ein bisschen sehr intensiv, der Filter, der da drauf ist. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen Matsch. Der Mann, der Mann, der ist auch glaube ich immer heißer, ne? Oder also der... Irgendwas hat er damals in meiner Jugend gemacht, dass seine Stimme ein bisschen übertrieben ist. Boah, das ist ja auch voll extrem, ne? Also der Anfang von Refrain, boah, der... Der hat schon in den Ohren. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich zu dieser Stimme sagen soll. Also ehrlich, das ist ein bisschen... ein bisschen krass. Ein bisschen sehr krass. Alter. ARD Text im Auftrag von Funk A Change im Auftrag von Funk Heißt, wie es so ist, Wolken ganz krass. Or aspectsstöke, Psyche, Gelassen sowie把 Zit counselor ver ampulllich Wenn es so bleibt. Oh wenn es so bleibt. Mach ich es nicht mehr oder so, dass du es nicht merkst, ja? Sag liebst du mich oder.. deleted arg hour.. 마ifers Verger die Frage, willst du noch mal d gast? Nej? Ey, okay, vielleicht war ich das noch ein paar zu viel. Ja? Ich war das Gefühl, wenn ich fast gar nichts fühl. thought ich versag wie es ist. Ich magst du, wie ich bin. ayım Joseph russyle,讲 wie ich bin, Oh Alter, was war das denn? Boah Oh Alter, was für ein verrückter Abend, oder Sensei, da sind wir hier gelandet, Mann, aber ich fand die alle nett, ich glaub, hier kann man noch eine Weile bleiben, aber lass uns nicht aus den Augen verlieren, was für eine kranke, was für eine kranke Scheiße Wie auch immer der Mann heißt, der Junge, wie auch immer die Kreatur, hat ein geiles Aufgehen auf jeden Fall, also sieht geil aus, aber die Stimme ist halt extremst, ne? Boah, die ist halt wirklich extrem mit der Höhe, mit dem Kratzen ab und zu, ich meine, der Flo war halt wohl geil so auf dem Beat, geiler Beat auch wieder, aber, boah, pfuh, also Weiß ich nicht, das tat schon weh im Ohr, und ich hab mir ein bisschen mehr Bowie gewünscht, muss ich ehrlich sagen, ich mein, Bowies Part war auch geil So Ein bisschen mehr, so, ein, eine, da war ja gefühlt ja nur eine Sekunde von dem ganzen Song, das ist halt schade Ähm, ja, aber ich muss, alles im, alles zusammen, so War's jetzt nicht meins, muss ich ehrlich sagen, das war wirklich nicht, äh Nicht so geil, wie ich hier gedacht hab So, Salmon kannte ich halt nicht Bowie dachte ich so, ja, okay, der, der reichster Druder da so, aber Es war ein bisschen extrem, so, manche Leute mögen das vielleicht, dieses, äh, diese Stimme ist nix für mich Äh, aber trotzdem werd ich, äh, ein bisschen noch gucken, wie, wie er sich entwickelt Oder noch andere Songs von dem hören, weil, es kann ja auch sein, dass er sonst noch irgendwie geile Songs dazwischen hat Ähm, dann hoffe ich, da seid ihr dabei Okay, wir freuen uns auf einen wunderschönen Tag Und, äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal Ciao, ciao